Das ist wirklich eine Wespe? Ja, du hast eine Möglichkeit. Erik, du hast auf jeden Fall Arbeit da einmal bitte. Ehrlich jetzt. Ah, Junge, da ist der Wind. Boah, ich war fast raus. Nein, es hatten nur die beiden, Mann. Krank, erste Runde. Alex, du musst jetzt Ehrenmann machen. Aber es war eine Smurf-Lobby, Digga. GGs. Sehr gut. Schade. Schade. Boah, ist das ein Bruch, Digga. Alter, ich werde die Komplett gebrochen, Digga. Nach unten die ganze Plattform. Scheiße, Digga. Ehrlich, es war so gut am Anfang. Und dann bin ich einfach komplett weggebrochen, Digga. Das war er fast. Du hast ihn ja schon gerochen, Digga. Ich hab ihn schon gerochen, Digga. Und dann bin ich einfach 8 Ebenen nach unten gefallen. Ey Junge, erste Ebenen. Du hast aber einen bösen Aufzug gemacht, Mann. Direkt genommen, Digga, im freien Fall. Hier ist einer, auf der Brüstung. Ey, das sind 1 und 1, glaube ich. Jo. Ich hab den einen. Fast. Fuck! Sheetbreak, der ist reingegangen. Der ist Ultralau. Links ist noch einer, der steht auch an der Brüstung. Ich hab ihn jetzt in Noten. Fast down, Sheetbreak. Ja, ich pushe. Ein Schuss. Nein, ich treff nicht. Ich pushe genug. Ich hab ihn auch getroffen. 30. Ey, der ist down. Ja. Down. Yannick stark. Yannick hat ihn gedauert. Rechts ist der nur noch. Nur noch einer. Digga, das ist der erste Runde, der erste Runde. Ah, der ist da. Hast du ihn? Ich guck von unten. Jawoll! Ganz stark, boys. Erste Runde Sieg, Junge. Schild down. Boah, was ein Headshot, Digga. Der ist aber nur down, nicht tot. Ah, okay. Hier unten ist ein Gegner. Hol ich. Der schießt auf mich. Achtung, genau vor dir, Yannick. Down. Direkt tot, tot, instant. Schön. Einer noch. Es ist nur noch einer, Digga. Was? Was? Stark. Jungs, Alter. Holy shit. Holy shit, Digga. Drück mal 4. Ah, 4. Kannst du nicht drücken, aber gleich. Jungs, Alter. Was ist hier los? Du kannst auch ruhig, wenn du magst, breit drücken. Dann können wir suchen. Ich war noch nicht ganz breit. Okay, das ist nicht schlimm. Ich wollte nur anbieten, du könntest. Hier sehe ich aus wie so ein Scrap, Digga. Lass ich mal reinkaufen hier. Schüsse? Hier ist noch einer vor mir? Ich sehe keinen. Da. Interm Stein rein. Direkt tot. Da, Yannick. Ich hab markiert. Aim ist stark bei mir. Der läuft runter. Der ist irgendwo da runtergelaufen. Hier. Oh. Jo, was sind das für Gegner? Was sind das für Gegner? Hier ist ein Gegner bei mir. Ich bin down, Digga. Wie schnell? Der ist hier. Komplett down. Ab ihn. Du bist alleine, Hardy, Alter. Erstmal Gegner direkt allem verlieren, Digga. Holy shit. Ich habe auch richtig reingeschissen. Ich höre Schritte. Ich glaube, der Scheiße. Scheiße, Mann! Oh, ne Junge, Junge, ey. Ich habe gar keine Ahnung, ne? Das Ding ist, wir müssen auch ernst spielen, weil die Ränge sind wichtig. Ich tippe auf ein saftiges 0,17,1. Was soll es sein? 0,17. 0,17. 0,17. Tote und 1. Das ist. Ist gut. Ja. Ali ist auf. Okay. Der kommt jetzt schon kurz. Da kommt der mit auf. Saftig. Ein auf. 20 Appel. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 4. muss ich stecken ganz ehrlich drei kills hätte ich niemals gerichtet muss ich sagen aber for real ich hätte niemals vor allem ich weiß ich wäre mir den geklaut hat Noah glaube ich oder Markus Knecker Markus ich habe den wohin soll ich rechte Seite auf der Seite der ist unten Junge G G Boah Junge Junge was Junge was Nein als ob wieder 94 Boah nein Beräutig komplett anlacken das kann man beenden können und 2x94 Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du aber die Aufnahme beenden die seit drei Stunden läuft Hahahaha Hab ich vorhin vergessen auszumachen Ich wollte mich einfach nur bedanken für die drei Stunden Aufnahme du Hund Hahahaha Scheiße er hat es gesehen Scheiße er hat es gesehen Vorher eh die ersten Games habe ich gar nicht gecordnet Heißt wir müssten eh die Stream Datei unterladen Der ist sich ganz ganz bewusst dass er mich gleich so wegflexen wird Ach du Scheiße Ach du Scheiße Digga Wie jeder schon im Warm-Up weiße Hahahaha Krank Und ein Gegner Und ein Gegner Digga Hä? Was? Hä? Da ist Case 10 Digga das ist einer aus dem Stream Halt's im Haul Ich schwöre Nein ELEK ELEK du Das ist ELEK Digga ELEK Digga Was ist mit dir ELEK Junge Du Schwitzigen Alter Ist das ein Roy Digga Der Roy Digga Der Roy Digga Ich hoffe das streamst du halt nicht Digga das wäre echt irrelos Weil er gesneakt hat Bei uns noch einer Lack Digga Ah Junge die Maus hängt halt bei der Tastatur fest Weißt du wo die Maus war? Hier Und ich konnte nicht weiter nach links Digga da fällst du mal im Stream gleich Guck mal jetzt Was? Digga das kann nicht sein Stark Junge Letzter 20 Letzter hat Anneg glaub ich von Anneg Stark Jungs Immerhin ein Teil alter Adi hat 100% Headshot Michael Adi hat 100% Headshot Ist das behindert Ich muss zweite Pfeil Gapsen Ohhhh Collateral Einen Ombau gibt es noch Ich hab drei Kids Gold Dort Krabbel dort Stark Stark Sehr geil Wir sollten einen Arm legen bei Digga ziehen Ganz stark Welchen dieser Vornamen trägt die Tochter von Prince William und seiner Frau Kate nicht? Wenn meine Freundin gerade zuschaut Wenn meine Freundin gerade zuschaut Die wird sich jetzt schon wieder ins Päuschen 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 lachen Camilla würdest du sagen Ja Ihr seid die Besten Also Sollen wir 5-50 nennen? Gerhard Gerhard Ach Schröder Digga Schröder war es nicht Zuuuuuuu Entweder hieß er genauso Also den gleichen Namen Aber hingegen macht er keinen Sinn Anders Gabel Ja Ist er anders? Ja Stark Sehr sehr strong Wir können schnicken Wo ist die Maus? Du hast das Gefühl Wir können schnicken Der Maus ist der Gefühlsgeber Nr. 2 Ich hab äh Eigentlich Faustregel Nie was anderes nehmen als Telefon Weil du dann so auf dich selbst bist Sondern sei eher abgefuckt auf den Joker Wenn falsch ist Mit dem B? Ja Ich glaub wir haben es Ich glaub wir haben es Schau mal dass es dann nicht richtig war Und dann Bei dem Joker noch nie Nur bei Telefon Okay Ich muss aber sagen Bei dieser Aussage Stell dir mal vor du bist richtig lost Und checkst nicht dass Miss World Schönste Frau ist Ich mein's ernst Das kann ja sein Das wär schon krank Wir nehmen aber oder? Ja Wir haben es geschafft Easy Dritte Runde ne? Das ist krank Wir machen aber die Millionen jetzt noch voll Was? Schokoladenhai? Das stimmt Mal Ich weiß nicht Mal Du bist Ich bin Wack Ja Ich bin Bis zum nächsten Mal.